Weingärtner, ein führendes Technologiezentrum im Bereich Werkzeugmaschinenbau, bietet weltweit maßgeschneiderte Lösungen für die Erdöl-, Kunststoff-, Energie- und Motorenbauindustrie. Die richtige Berufswahl ist im Leben eines jeden Menschen eine der wichtigsten Entscheidungen. Voraussetzung ist die gründliche Berufsinformation über die zu erlernenden Tätigkeiten. Touch & Feel Weingärtner – Maschinenbau Die Spezialisten von Weingärtner helfen dir, deine Talente und Interessen im Lehrberuf zu entwickeln. Schon bei der Ausbildung sind wir darauf bedacht, Qualifikationen weit über das Berufsbild hinaus zu ermöglichen. Und wenn du deine Ausbildung im Lehrberuf Elektrotechnik bei Weingärtner absolvierst, bin ich dein Ausbildner. In dreieinhalb Jahren erlernst du alle wichtigen Fertigkeiten und Kenntnisse zum Errichten, Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen. Nach Abschluss deiner Ausbildung kannst du dein Wissen und deine Kenntnisse im Bereich der Maschineninstallation und Inbetriebnahme sowie bei weltweiten Montageeinsätzen für die Firma Weingärtner verwenden. Ich bin aber Ausbildungsleiter für den Lehrberuf Maschinenbautechniker. Die Lehrzeit beträgt dreieinhalb Jahre. Das ist aber nur die Basis für die weitere Karriere. Bei Weingärtner erlernst du alle Fähigkeiten, um aus einem Rohmaterial ein fertiges Werkstück herzustellen. Unter anderem wirst du drehen, fräsen, bohren, Gewinde schneiden, schleifen, montieren und vor allem die fertigen Anlagen in Betrieb nehmen. Mitarbeiterinformation sowie ständige Fortbildung sind fixe Karrierebausteine bei Weingärtner. Sie sind die Basis, unser vielseitiges Wissen ständig zu erweitern und Innovationen zu fördern. Lehrlinge werden in unserem Unternehmen engagierte, teamfähige Techniker und lösen die stetig wachsenden Anforderungen, die Garanten für unseren Erfolg. Ja, es ist eigentlich eine relativ schöne Arbeit. Man hat sich bei mir angeschaut und es hat mich gefallen. Wir lernen viel dazu. In den Abteilungen, wo ich jetzt mittlerweile schon war, habe ich eine große Auswahl gehabt und endlich sehr universell ausgebildet worden. Teambevog würde ich immer schon machen. Ich kann das, was ich in der Schule gelernt habe, super in der Praxis umsetzen. Immer wieder was Neues und auch viele verschiedene Sachen. Das ist einfach die abwechslende Chance. Zudem ist ein ständiges Bemühen, in unserem Unternehmen ein faires, gerechtes und leistungsorientiertes Arbeitsumfeld zu schaffen. Mir gefällt es sehr gut, weil das Klima, also das Firmenklima ist da genau super, wie ich finde. Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des gesamten Berufsweges. Mein Name ist Christian Prall. Ich arbeite als Lehrling bei der Firma Weingärtner für Maschinenbautechnik begonnen. Ich arbeite da einige Jahre an den großen Werkzeugmaschinen und bin mittlerweile in der CNC-Programmierung tätig. Mein Name ist Hermann Forstinger. Ich habe hier bei der Firma Weingärtner meine Lehre absolviert. Ich habe anschließend die Meisterprüfung im Schlosserhandwerk abgelegt. Ich war dann einige Jahre in der Produktion tätig und bin jetzt in der CRM-Programmierung als Abteilungsleiter. Das Ergebnis ist die hohe Qualifikation unseres Unternehmens und die Fähigkeit, innovative Anlagen zu entwickeln und zu bauen. Von Kirchheim in die ganze Welt. Gehen wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft. Touch and Feel Weingärtner. Weil die Arbeit einfach lustig ist. Ja, es ist einfach super. Faszinierend. Abwechslung, sage ich. Der Job ist einfach geil.